Da sind wir wieder zu einer neuen Kommentarrunde. Ich beantworte eure Fragen in den Kommentaren, insofern tippt fleißig weiter. Unter jedem Video hier, ihr seht, dass ich die Kommentare beantworte, zum einen natürlich direkt unter den Kommentaren, gerne aber auch in einem Level-Up auf Stufe Nummer 2 mit diesen Kommentarbeantwortungsvideos, wenn diese Kommentare einfach ein wenig mehr Aufmerksamkeit von mir verdienen. Und manch eine Idee, manch ein Kommentar schafft es sogar ein komplettes Video daraus zu machen. Gibt es auch immer wieder, also fleißig dabei bleiben, denn ihr schafft es damit, einen gewissen Einfluss auf diesen Kanal zu haben und das Ganze mitzugestalten an Videos. Und da bin ich natürlich auch dankbar für. Also, danke an euch da draußen, weiterhin fleißig schreiben und jetzt gehen wir auf eure Kommentare wieder ein. VUNIQYT fragt, wenn ich drei Tage trainieren kann und einen Dreiersplit machen möchte, was wäre denn der beste Split? Schreit ja eigentlich nach einem Dreiersplit, richtig? Also, wenn du totaler Anfänger bist und zum ersten Mal eine Handel in die Hand nimmst, dann würde ich sagen, mach es nach einem Ganzkörper oder Zweiersplit im höchsten Fall, aber trainiere dich erstmal warm damit. Ich verlasse so etwas schon mit meinen Klienten nach drei, vier Monaten. So manch einer sagt, oh, man kann das aber doch jahrelang machen. Ja, aber wenn man es ernst meint, dann kann man auch direkt zum nächsten Level übergehen und das ist das nächste Level. Also, totale Anfänger machen Ganzkörper und übertreib da nicht. Wenn du aber nicht mehr ganz kompletter Anfänger bist, dann schreit das nach einem Dreiersplit. Das ist auch das, was ich empfehle oder wo du dich zumindest später einpendeln wirst. Trainiere den Muskel erstmal nur einmal die Woche. Dann wirst du immer noch feststellen, ist dir das viel zu wenig? Kannst du die Intensität steigern und dann ist es doch genug? Oder ist selbst das zu viel? Das wirst du dann merken und deswegen würde ich sagen, mach einen guten Dreiersplit. Hier siehst du das Video Dreiersplit, da kannst du dir mal einen anschauen und dann kannst du danach trainieren. Was du allerdings auch machen kannst, ist natürlich ein Zweiersplit, wo du dann Trainingstag A und B hast. Und selbst wenn du dreimal die Woche trainierst, kannst du A, B, A machen und in der nächsten Woche B, A, B und danach wieder A, B, A und so weiter. Du kannst auch A rhythmisch trainieren. Das macht dem Muskel nicht das Geringste, denn der geht nicht nach dem gleichen Kalender wie wir. Also insofern hoffe ich, dass das die Frage bereits schon beantwortet. Und der Rest ist dann natürlich auch, was dir später am besten gefällt. Es gibt ja Leute, die auch immer wieder behaupten, denen gefällt ein Ganzkörpertraining. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich trainiere gerne jeden Muskel richtig ausreichend und erschöpfend. Und ich glaube, die meisten, die das ausprobiert haben, bleiben dann auch dabei. Aber gut, das ist eben Geschmackssache. Probier es einfach aus. Das hier wären meine Empfehlungen. Next. André Pausch. Super gut erklärt. Jetzt bin ich neugierig und mache Laune, dir zu zören. Ich habe da eine Frage. Ich habe damals meine Trainerlizenz gemacht und mein Lehrer meinte, man kann nur während des Trainings eine Sache machen. Um ein Beispiel zu nennen, heute trainiere ich die Brust und gehe in den Bereich Ausdauer. Das heißt höhere Wiederholung wahrscheinlich. Dann sollte man nicht auf Maximalkraft gehen oder gar alle Bereiche abdecken. Kraft, Ausdauer, Muskelaufbau und Maximalkraft. Eins nur im Training. Mittlerweile würde ich deine Meinung dazu wissen. Ich sage mal, du, wenn, ja, bla, 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 bla. Aber grundsätzlich, dein Trainer hat, glaube ich, ja, jetzt bin ich mal fies, schon lange nicht mehr das verfolgt, was so gang und gäbe ist im Training. Nein, man muss sich nicht auf nur eins konzentrieren. Ganz im Gegenteil. Früher hat man dazu tendiert, noch makrozyklisch zu trainieren. Das heißt, man hatte einen großen Makrozyklus entworfen und auch so habe ich angefangen und hatte dann ein typisches Aufbauschema, in dem man gesagt hat, zwischen vier und acht Wochen, teilweise auch zwei, drei Monate im Jahr, mache ich erst einmal den Kraftausdauerbereich mit vielen Wiederholungen. Dann gehe ich auf Hypertrophie, nochmal vielleicht für zwei, drei Monate. Und dann gehe ich für gerade mal ein bis zwei Monate auf Maximalkraft und dann wieder das Ganze von vorne. Das nannte man einen Makrozyklus, wo man diese einzelnen Zyklen drin hatte und in einzelnen Zyklen wiederum Trainingspläne. Heutzutage geht man immer mehr dazu, dass man nicht mehr das so stark separiert, sondern alles in einem Training eigentlich mehr oder weniger abdeckt. Denn das Problem ist, ihr habt eine Verteilung von Muskelfasern, schnell kontrahierenden, langsam kontrahierenden, roten und weißen Muskelfasern. Und die werden entsprechend durch verschiedenes Training verschieden gereizt. Vor allem im niedrigen und im hohen Wiederholungsbereich werden die unterschiedlich gereizt. Das heißt, wenn wir jetzt drei Monate lang diese reizen und sie zur Hypertrophie bewegen und sie wachsen und stärker werden, die anderen aber relativ vernachlässigt werden und dann switchen wir um, dann werden die, die wir gerade aufgebaut haben, wieder relativ vernachlässigt, während die anderen mehr trainiert werden. Und das ist dann fast so ein Umwälzungsprozess. Während die einen wieder ein bisschen verlieren, werden die anderen etwas dazu gewinnen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Es macht auch Sinn, dass man zum Beispiel weiterhin seine Kraft behält. Denn Kraft ist eigentlich nichts anderes, als dass man maximal viele Muskelfasern in zeitgleich rekrutiert und anstrengt. Das ist vor allem ein körperlicher Lernprozess, noch mehr als unbedingt Muskelwachstum. Und das sollte man nie vernachlässigen. Das sollte man immer drin haben. Das heißt, nicht unbedingt Maximalkrafttraining, habe ich auch nie gemacht, mit einer Maximalwiederholung gearbeitet, aber doch schon teilweise auf vier, fünf Wiederholungen runtergegangen. Und das ist etwas, was ich als allererstes gelernt habe in meinem Training. Ich möchte diesen Kraftanteil nie verlieren. Der soll immer eine solide Basis bleiben. Die Kraft muss immer da sein. Gerade bei Hardgainern und gerade bei Naturalathleten. Sollte es immer eine Basis sein, dass ihr kräftig seid. Macht ihr also nur immer Hochwiederholungstraining und habt nicht diesen Kraftbereich. Fangt sogar vielleicht sogar schon mit diesem Hochwiederholungstraining komplett an. Dann werdet ihr nie so viele, zum Beispiel, Satellitenzellen errichten können. Ihr werdet nie so viel Muskelfasern gleichzeitig zu aktivieren lernen. Und das hilft euch später ungemein. Eher würde ich so machen, dass ihr in den ersten fünf Jahren eures Trainingslebens viel mehr am Kraftbereich trainiert. Also irgendwas zwischen vier und zehn Wiederholungen. Und später werdet ihr davon profitieren. Und dann könnt ihr eigentlich in jedem Bereich trainieren. Und werdet ihr nicht mehr so schnell verlassen, denn ihr habt einmal diese Satellitenzellen aufgebaut. Aber nicht unbedingt das Ganze umgekehrt machen. Heutzutage, irgendwann habe ich mal angefangen, einen sogenannten 3-2-1-Trainingsplan zu machen, der irgendwo vorgestellt wird in irgendeiner Zeitung. Ich weiß nicht, ob es die Flex waren, BMS-Zeitung oder was auch immer. Und da wurde dann eben gesagt, mach drei Sätze im niedrigen Wiederholungsbereich, zwei Sätze im Hypertrophie-Bereich und einen Satz immer pro Training, pro Muskelgruppe im hohen Wiederholungsbereich. Und daraus habe ich irgendwann dann das, weil es mir richtig gut gefallen hat und ich richtige Fortschritte gemacht habe, das 3-3-3-System entwickelt, weil es mir einfach zu wenig war, im Hypertrophie-Bereich nur zwei zu machen und hinterher sogar nur einen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich möchte nicht das pro Übungen trennen, sondern ich möchte in jeder Übung jeden Bereich haben. Und das passt gerade sehr gut zu dem umgekehrten Pyramiden-Training. Hier oben findest du es. Da findest du nämlich dann die Möglichkeit, mit sechs Wiederholungen anzufangen, auf acht, auf zehn und auf zwölf dich dann zu steigern. Und dann hast du eigentlich eine gute Bandbreite drin. Und dich konzentriert auf den niedrigen Wiederholungsbereich. Da ist zwar nicht die 1 drin und nicht die 15, aber lassen wir die ruhig mal weg. Du kannst natürlich auch sowas machen wie 4, 8, 12. Und dann hast du auch alle drin. Probier es einfach mal aus und ich würde dir schon fast versprechen, die meisten von euch versprechen, damit werdet ihr mehr Erfolg haben, als wenn ihr es komplett trennt in eurem Trainingszyklus. Insofern kann ich ihm nur widersprechen mit Herz und mit Verstand. Das macht keinen Sinn. Das macht man so eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, es könnte sogar kontraproduktiv sein. Und zum nächsten, irgendeine Name. Was hältst du von einem Zweiersplit dreimal die Woche, wo ich jede Woche abwechselnd entweder zwei Push und einen Pull-Tag oder umgekehrt mache? Wir hatten es schon vorher, halte ich was von. Kann man sehr gerne machen und macht sogar mehr Sinn, als wenn man dann eben das Ganze nur zweimal macht oder so. Habt ihr also drei Möglichkeiten, macht es, habt ihr vier Möglichkeiten, könnt ihr natürlich auch wieder zyklisch trainieren. Und dann habt ihr A, B, A, B drin, also wenn man Trainingstag A und B hat in einem Zweiersplit, dann könnt ihr allerdings auch bei einem Drei-Trainings-Tage-Woche A, B, A machen, beim nächsten Mal B, A, B. Macht durchaus Sinn, guckt einfach immer, wie ihr mit der Regeneration klarkommt und dann könnt ihr natürlich auch mal zwischen den Splits wechseln und einfach gucken, was möchtet ihr jetzt machen. Vielleicht mal die Abwechslung mit einem Dreiersplit und noch einmal die Woche. Aber selbst ein Dreiersplit kann man natürlich so gestalten, dass man mit vier Trainingseinheiten das ebenfalls macht. A, B, C, A und beim nächsten Mal B, C, A und so weiter. Ja, das war mal ein kürzerer Beitrag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Liked das Ganze, wenn ja, kommentiert fleißig weiter, dann stirbt das Format auch nicht aus und ihr habt was davon. Und natürlich abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. So, dann wünsche ich euch jetzt noch was. Ich bin raus, euer Gotti. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.